United Airlines hat jetzt also tatsächlich 50 Airbus Standard-Rumpflugzeuge bestellt, um damit bald ihre Boeing 757 zu ersetzen. Man könnte meinen, Airbus hat mit dem A321 jetzt das geschafft, was Boeing lange nicht hinbekommen hat, und zwar jetzt ein aktuelles Flugzeug für den sogenannten Middle of the Market zu liefern. Und in den USA ist das ein ziemlich wichtiger Teil des Marktes. Grund genug, um darüber einmal kurz zu sprechen. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Da kann man Airbus jetzt feiern oder nicht, das ist vollkommen egal, darum geht es hier gar nicht. United Airlines gibt uns jetzt schlichtweg, genauso wie auch schon American Airlines kurz zuvor, die Antwort auf die schon eine ganze Weile wild diskutierte Frage, ob ein Airbus A321 die gute alte Boeing 757 wirklich ersetzen kann oder nicht. Und so wie es aussieht, kann er das. American Airlines kam im Jahr 2013 durch die Übernahme der damaligen US Airways erst so richtig in Kontakt mit großen Mengen Airbus Standard-Rumpflugzeugen, also mit der A320-Familie. Heute betreibt man bei der Fluggesellschaft eine unglaubliche Anzahl von über 400 Maschinen, des Typs A319, A320 und A321. Angekommen in den Vereinigten Staaten ist der Airbus A320 also auf jeden Fall. Das gerne mal genannte Argument, dass es sich für US-amerikanische Fluggesellschaften gar nicht wirklich lohnt, einen Airbus aus dieser Kategorie zu erwerben, weil man ja sonst nur mit Boeing durch die Gegend fliegt und dementsprechend die bei Airbus ja so wirklich wichtigen Synergieeffekte nicht nutzen kann, das zieht mittlerweile echt überhaupt nicht mehr. Einen Airbus-Boeing-Kampf führt man da schon seit Ewigkeiten nicht mehr, beziehungsweise hat man wahrscheinlich auch nie wirklich geführt. Das ist eher so eine Sache, die sich der ein oder andere Beobachter mal dazu gedichtet hat. Aber gut, auf der Paris Airshow in diesem Jahr, also jetzt gerade erst vor ein paar Monaten, gab es dann von American Airlines eine wenig überraschende Bestellung. 30 bereits vorher georderte Airbus A321neo, von denen übrigens zum aktuellen Zeitpunkt schon 10 Stück bei American Airlines unterwegs sind, machte man auf der Paris Airshow zur Bestellung für den A321XLR, also für den A321XL Long Range. Dazu dann nochmal 20 Bestellungen obendrauf und schon hatte man 50 Exemplare des aktuell reichweitenstärksten A321 bestellt. American Airlines ist heute tatsächlich der weltweit größte Betreiber von Airbus-Flugzeugen, mit wie gesagt deutlich über 400 Maschinen vom europäischen Flugzeugbauer. Auf der anderen Seite sind bei American Airlines über all die Jahre aber auch über 170 Boeing 757-200 durch die Flotte gegangen. Davon sind zum aktuellen Zeitpunkt zwar in Anführungszeichen nur noch 34 Maschinen übrig, aber das ist eine ganze Menge, was da jetzt durch den A321 ersetzt wird. Im Durchschnitt ist die 757-200 bei American Airlines übrigens etwas mehr als 20 Jahre alt. Jetzt aber zu United Airlines, die haben es jetzt also ganz ähnlich gemacht und ebenfalls 50 Maschinen vom Typ A321XLR bestellt. Dort sieht die Flotte aber nochmal ein bisschen anders aus. Ich meine, die Flotte von United Airlines ist zwar ebenfalls sehr, sehr riesig, also bei United ist man mit fast 800 Maschinen unterwegs, allerdings ist man mit knapp 180 Airbus-Standard-Rumpflugzeugen nicht ganz so in dem Airbus-Game drin wie American Airlines. Vor allem auch, weil es bei United Airlines zum aktuellen Zeitpunkt noch knapp 150 offene Bestellungen für die 737 MAX gibt. 100 Bestellungen davon gehen sogar auf die 737 MAX 10, die gerade erst von Boeing vor, ich glaube jetzt anderthalb Wochen oder so aus der Halle geholt wurde. Das dauert also noch eine ganze Weile, bis diese Maschinen in die Flotte der United Airlines kommen. Allerdings hat man sich da ja quasi schon für einen 757-Ersatz entschieden, und zwar für die Boeing-Variante. Dazu kommt, die Airbusse bei United Airlines sind schon ziemlich alt. Im Schnitt tatsächlich über 20 Jahre. Also das, was ganz gerne immer mal hin und her gesagt wird, und zwar, dass die amerikanischen Fluggesellschaften langen Zeit nur mit Boeing unterwegs waren und jetzt für die Zukunft auf den ach so modernen Airbus umstellen, das ist absoluter Blödsinn. Das passiert bei United Airlines genauso wenig wie bei American Airlines. Beide Fluggesellschaften sind mehr als groß genug, um die Teilflotten der jeweiligen Flugzeughersteller effizient und vollkommen entspannt nebeneinander in großen Mengen betreiben zu können und sich damit nicht von irgendeinem Flugzeughersteller abhängig zu machen. Was United Airlines aber ebenfalls in der Flotte hat, ist halt eben Boeing 757. Man hat zum aktuellen Zeitpunkt knapp über 50 Maschinen vom Typ 757-200 und über 20 Maschinen vom Typ 757-300. Dabei ist United Airlines übrigens der weltweit größte Betreiber der 757-300. Das längste aktuelle Passagierflugzeug mit nur einem Gang. Aber das nur mal so am Rande. United Airlines ersetzt bereits seit Jahren die im Schnitt mittlerweile über 20 Jahre alte 757-200 durch Boeing 737. Und das mag auf einem Großteil der durch die 757-bedienten Strecken auch ganz hervorragend funktionieren. Allerdings, wenn es darum geht, das wirkliche Potenzial der 757, also das Flugzeug zu 100% zu ersetzen, dann muss man schon sagen, dass ein wirklich tauglicher Nachfolger erst mit dem A321XLR ab 2024 in die Flotte kommen wird. Wie aus einem, in Anführungszeichen, normalen Neo ein XLR wird, habe ich ja schon mal in einem anderen Video erklärt. Der größte Unterschied zur Basis besteht hier in einem erhöhten maximalen Abfluggewicht des Flugzeuges. Der A321XLR darf als erstes Airbus Standard-Rumflugzeug beim Start jetzt über 100 Tonnen schwer sein. Genau genommen ist es 101 Tonne und das bringt selbstverständlich die Möglichkeit mit, mit dem A321XLR ganz einfach nochmal etwas mehr Treibstoff mitzuführen. Und das ermöglicht dann mit diesem Flugzeug und knapp 200 Menschen an Bord eine Reichweite von ganz offiziell 8700 Kilometern. Die Boeing 757-200, so wie sie heute in großen Mengen ja auch noch bei United Airlines unterwegs ist, darf beim Start fast zwei Tonnen weniger schwer sein und fliegt dann mit der gleichen Menge an Passagieren etwa 7300 Kilometer weit. Das liegt also schon mal mehr oder weniger deutlich unter den Möglichkeiten des A321XLR. Allerdings hatte auch die 757-200 schon eine Option auf, ganz einfach gesagt, mehr Kerosin und ein erhöhtes Abfluggewicht. Mit 115 Tonnen konnte das Flugzeug mit der gleichen Anzahl an Passagieren dann etwas mehr als 9000 Kilometer weit fliegen. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, das gilt selbstverständlich für beide Flugzeuge, bei den Amerikanern fliegt man so eine Dinger nie bis zum Anschlag voll mit Sitzen. Da findet man glücklicherweise schnell mal eine etwas angenehmere Bestuhlung als bei uns. Die Flieger sind oft mit einer wirklich ordentlichen Business Class ausgestattet und so können 757-200 und auch Airbus A321XLR mit einer deutlich unter 200 Passagieren liegenden Bestuhlung auch beide über 9000 Kilometer weit fliegen und damit ist so gut wie jede US-Ostküste nach Europa-Verbindung möglich. Nur eben beim Airbus jetzt mit bis zu 30% geringeren Sitzplatzkosten. Und für genau diese Transatlantik-Verbindung wird United Airlines ihren A321XLR ab dann 2025 wahrscheinlich auch einsetzen. Da können wir also sehr gespannt sein auf die zukünftige Ausstattung. Aber gut, jetzt nochmal ein abschließendes Wort zum Kerosinverbrauch der beiden Flugzeuge, denn darum geht es ja hier am Ende des Tages. Die 757-200, ausgestattet mit Winglets, verbraucht auf Reiseflughöhe, je nach Gewicht natürlich, so um die 3200 bis 3300 Kilogramm Kerosin pro Flugstunde. Bei einem Airbus A321XLR sind es irgendwas rund um 2500 Kilogramm pro Flugstunde. Und es ist ein ziemlich großer Unterschied. Auch das kann natürlich variieren, aber letztendlich ist genau das der große Unterschied, der darüber entscheidet, ob ein A321 jetzt eine 757 ersetzen kann. Und das kann er damit definitiv. Und dann fehlt eigentlich nur noch Delta Airlines. Da ist man heute noch mit über 120 Boeing 757 unterwegs und auch diese Flugzeuge werden selbstverständlich älter. Allerdings bekommt man bei Delta Airlines schon im nächsten Jahr den A321neo. Davon hat man schon 100 Stück bestellt. Joa, und dann hat man doch tatsächlich bald wieder die sehr interessante Situation, dass die drei größten amerikanischen Fluggesellschaften auf einen Flugzeugtypen im Middle of the Market setzen. Und das war die Boeing 757-200 und ist jetzt bald der Airbus A321neo. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Großes Dankeschön für die Unterstützung. Geht dann noch raus an alle neuen Kanalmitglieder. Allen voran natürlich Hasiger und vielen lieben Dank auch an Sascha für eine sehr großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Vielen lieben Dank an euch und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin lasst es euch gut gehen und tschüss.